ja Jo Freunde was ihr habt und seid herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bedrohls mit einem Gast heute Hallo Ich bin auf der Map Farmland einer meiner Lieblingsmesser auf jeden Fall und wir reisen heute hier das Ding oder ja wir gucken einfach das ist nur so ganz normale nur 15 und und wir sind so gespannt wie die läuft also dann war ich gleich in der Bett zu es ist immer das wir sind im Laufe so kann man schon eher auf Schäden sehen neuntel haben wir aus dem Mann das ist immer so das gleiche auch im Live-Signalanz wir haben uns einmal ein Mikrofon einstellen müssen was vorhin der Fall ist vielleicht merkt ich hab meinen Input also meine Verstärkung beim Mikrofon ist das hoch geschenkt damit ich das bei der Aufnahme jetzt nicht mehr tun muss wenn ich das Video entrendere ich weiss jetzt nicht ob das irgendwie ob ich einen Unterschied merke in der Qualität dadurch aber sollte eigentlich nicht der Fall sein die Verstärkung fällt dann einfach höher aus ansonsten muss ich einfach selbst noch verstärken mit meinem Audio Bearbeitungsprogramm sag ich jetzt mal so ähm ja war halt bisschen scheisse war eins aber jetzt ist dann so so und wir können mal wieder kommen ich hab den ich hab den okay äh ich wollte dir mal fragen wie bist du eigentlich zu YouTube gekommen? mhm naja das ist wirklich ehrlich ja na gut wie kam ich zu YouTube ähm ich kenne YouTube seit neun Jahren ungefähr mittlerweile neun und ich wusste einfach dass YouTube dass man da Videos schauen kann und dass man auch Videos hochladen kann dass man Videos hochladen kann habe ich aber allerdings erst ziemlich später erfahren ähm ja und durch YouTube gekommen dann so wirklich auch wieder darauf zurück bin ich alter mann dieser Tommy der ist einer aus dem Stream mann so ein Targetter aber der baut unseren Weg ab mann so los so los halt äh äh ja und dann bin ich halt durch so einen Schulkollegen wieder auf äh YouTube gekommen am Ende weil der hat dann mal so einen YouTube Kanal erstellt das ist ein ja so ein guter Kollege sag ich man der hat auch immer noch äh er hat immer die zehn Kanäle mittlerweile gehabt so auf YouTube aber ähm du bist ein wirklich nie so richtig ab in der richtigen sich ich habe irgendwie am Anfang nur mich so in den Tutorials bewegt und dann habe ich mal so begonnen Minecraft zu spielen halt und dann auch Gronkh kennengelernt und dann und mein Kanal in der Framing aussehen halt echt jetzt ganz wenig und hat mit dem schon sogar aufgenommen mit dem Gronkh oder wie du das gesagt hast ach so ne 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 das wär's ja also es ist nur bekannter hm na gut Gronkh spielt ja eh keinen Minecraft mehr im Moment beziehungsweise behauptet er hätte Minecraft pausiert einfach so übrigens wer sie auch mitgekriegt hat ich habe ja jetzt eine andere Mausempfindlichkeit ich spiele ja ähm aus Sensitivity ähm äh ich habe immer mal auf 130 gespielt und ich spiele jetzt oh man ich habe ja gut erinnert in den Augen gekommen und ich spiele jetzt wieder auf 100 ich bin ja wieder zurückgegangen weil äh ich habe auf 130 gespielt denn mein Mauspad ist relativ klein so ich bin jetzt ganz aussen rechts und wenn ich mich jetzt äh nach äh drehe so jetzt bin ich am Ende jetzt bin ich so ganz links hinten mein Mauspad also mehr geht fast nicht ich kann mich nicht ganz 360 grad drehen Entschuldigung aber das funktioniert auch gut so ich glaube ich habe das Bett von Tim Rot also ich bin noch nicht sicher aber fast okay ich kann auch zu gut übergleich oder so Tomy Mann 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 ich hätte das Bett fast gehabt Alter Mann ich ich verfehle mich manchmal jetzt immer wieder das weiß ich aber ich denke schon das liegt an mir weil ich schlage aber ich treffe die Leute nicht okay we haben nicht mehr die Mitte das ist wirklich scheiße die 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 tun jetzt ganzer Boss um Mann 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 So arm so arm einfach nur komm Leffen wir die Wunde auch gleich wieder ne ne machen wir auch Anti 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 Bogen Taktik sag ich da ja immer die gehen ja vollemmassen man äh nimmt sich erstmal Bronze so sagen wir so schön Bronze geht's um Bidet schon nimmt sich Blöcke und Dann kauft man sich diese Blöcke und dann maut man sich einfach rüber zum Gegner. So geht das. Mund erklärt, Bedwars. Ich... Man... Jetzt finde ich einen HD. Ich glaube, das war der, der hochgeflogen ist vorhin. Oder hochgebackt wurde. Man sieht schon, dieser Tommy, der kennt alle. Der ist aber auch gut. Muss man ihm lassen. Wie ich eigentlich so deine Videos anschaue, wegen Livestream. Ich hab mal so auf dem Twitch, mir war langweilig, wenn... Das war unsere. Das war unser Bett. Hä? Nein. Okay. Ich weiß ja mal ja nicht in Sicherheit. Ich bin auch noch in Sicherheit. Ah ja, ich wollte sagen, wie ich deine Videos anschaue. Ich bin... Also, mir war langweilig. Ich hab mir gedacht, ja, ich schau mal Twitch, was da so los ist. Und auf einmal hab ich den Stream gesehen. Und das hat mir irgendwie so richtig... Und wann war das ungefähr? Äh, das war ungefähr vor... Äh, schon lange. Das war ungefähr schon vor... Fünf Monaten, sechs. Ah, okay. Ja, weil ähm... Ich bin auf der Twitch-Start-Seite jetzt seit ungefähr zwei Wochen. Und ich habe richtig viele neue Leute kennengelernt über diese... Über dieses Feature halt. Oh ne, Tommy. Ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir, ja. Na gut, das rüstst du. Komm mal. Ja, ja, ich will mir grad da auszuresten. So. Ah, nein. Warum muss das immer unser Bett sein? Ja, das ist... Ja, das ist... Ich muss das sonst wieder mal ausmachen, dass man mir nachjoinen kann. Das ist schon ein bisschen nervig so. Okay, ich hol mir mal einen Silber. Oder Eisen. Wie man das auch nehmen mag. So. Es ist einfach einer rum ohne Rüstung. Ich glaube, der leckt auch. Ich helfe dir, ich helfe dir. Ich bin da. Oh, nice, nice, nice. Ja, okay. Ich habe jetzt ein Eisen. Ja. Oh ne, die Grünen. Aha! Okay, ich habe einen Hint abgekriegt. Versteck mich jetzt hier. Uff. Niemand sieht mich. Okay, komm mal. Ich war einfach von Level 1 Schwert. Ist jetzt auch egal. Weil normal so, ich bin immer auf Level 2. Ah, gut. So. Oh nein, die Grünen, Mann. Ich mache hier so eine Mauer. Ah, die pushen jetzt einfach durch, wahrscheinlich. Ich mache jetzt so eine Mauer. Ja, gut. Dann wird es dann jetzt vielleicht auch mal eine Runde, die wir nicht gewinnen. Ich meine, ich laufe sowieso relativ viel hoch. Auch wenn es jetzt mal nicht unbedingt sehr gut ist. Aber gut. Es heisst nicht unbedingt, dass es gut sein muss, wenn man gewinnt. Oh, der ist ein Grüner. Nein, der, 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 der. Oh. Oh, komm mal auf zurück. Ja, ja, ich bin zurück. Wender, Wender. Ah, hab noch keinen Bus gekauft. Und guck, komm auch noch einen Eisen. Los, ich kauf mal einen Bus noch schnell. Uh, ich kaufe einen Bus noch schnell. Uh, glaub das. Gut, okay. Ich kaufe ihn noch schnell aus, so ein. Der andere da hat einfach nichts. Da hat einfach nichts. Da hat einfach nichts. Da steht einfach nur rum. So, wo. Letzt. Mach doch, ja, nicht. Loh. Ist er dahinter der Mauer, oder? Ja, was, J. Der wird. Wir sind die Blau, ja. Achso, ja, der steht ja hinter Mauer, Mann. Da steht einfach nur wer. Der wird, der wird. Der wird, der wird. Ja, genau. Der wird alle unterschmeißen, wann man da durchläuft. Die sammeln unsere ganze Eisen jetzt. Das sollen sie es tun. Oh, nein, Tommy kommt. Ist klar. Ist klar. Hey. ist sie ja auch noch oder wie er vielleicht hat er nun getötet er hat ihn untergeschmissen ich weiß nicht ob du nicht erinnern also ob du dich erinnern kannst ich hatte mal auf Twitch dann geschrieben Prozent halt in der Art dem Spiel vielleicht kann sie vielleicht kann sich noch erinnern das war schon lange her da habe ich dich richtig auf Teil bei dem Stream angeschrieben ich weiß noch nicht ob es sich bekommt vor er das war schon lange her deswegen ich hätte ja wo ich habe eingreifen wird es würde so mitte ich bin in der Mitte aber da ist noch einer ja den denn dann haben wir den haben wir kommen er wollte heißen gartner an einer anderen oder der Fluchmechanismus und alles erst ich bin tot alle sehr zahlbaut auf das halbes herz holisch wird okay die hier auf jeden Fall ich habe dich erinnert er hat du musst einfach regenerieren wie der tot sein könnte ein halbes Herz Ja, ich habe gesehen, dass er dich oft trifft, dann bin ich dagegen gegangen, dann hat er mich geklebt. Ja, 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 okay, danke auf jeden Fall. Falscher. Uh, Mann. Gut, okay, Gelb hat jetzt noch ein Teammitglied. Ich verstehe nicht, wie wir den übersehen haben, wie der unsere Beta bauen konnte und wie war das eigentlich? Das will ich jetzt aber... Ich wollte mich einmal rüberbauen und dann war er auf einmal weg. Der Grüne da nervt einfach, da steht er nur rum die ganze Zeit. Ja, der will, der will plus runterschubsen. Ja, Tim, ja. Kannst du dir vorstellen, ihr gewinnt noch. Weiß nicht. Aber der andere kommt jetzt mit einem Bogen. Oh shit, oh shit. Ich habe mich ein bisschen zurückgemalt. Was will denn der eigentlich? Da soll man abhauen, ohne Witz. Der nervt einfach, ja. Der Konki heißt der. Also gut, wenn sie uns hüten wollen, dann sollen sie mal rüberkommen. Sonst betten sich die anderen einfach. Vielleicht sollen wir auch mal zu Team Rot gehen. Aber dann gewinnt Team Grün wahrscheinlich. Ja, der gewinnt. Team Grün ist auch die ganze Zeit in der Mitte und das nervt einfach. Ach guck, ich gehe jetzt einfach zur Mitte. Es wird scheißegal. So. Oh, ist jetzt in der Mitte. Ihr könnt die Wege eigentlich auch ab einer Mauer bauen oder sowas. Okay, der da hat es gar keinen Weg. Das ist ein bisschen schwierig. Pass auf, pass auf, hinter dir hinterher. Oh ja, ich sehe es. Jawohl. Okay, da ist es noch. Da kommt noch eine Aufpassung, ja. Ja, hier geht es hinter dir. Ich sehe es. Okay, du bist in Sicherheit. Okay. Ah, ich habe nur noch sechs Wochen. Altmann, das ist so, ja, das ist schon ein bisschen spannend gerade. Ja. Hast du vier Gold gekriegt oder nicht? Ich sehe doch den anderen. Das steht einfach schon wieder rum da hinten. Macht einfach gar nichts. Hast du jetzt vier Gold gekriegt oder nicht? Ah, ich habe nur ein Gold. Und ich mache auch an der Kiste. Ah ne, gut, weil ich sterbe jetzt das Gold hier weg. Ey, das zieh mir ruhig. Das ist ja Wahnsinn. Die rennen einfach in die Mitte. Und holen sich das Gold ohne Ausrüstung. Ich habe aber ein Gold. Du kannst nicht eine Spitzhacke machen. Ja, immerhin. Es sind immer in der Mitte, oder? Äh, reicht. Okay, jetzt ist Teamplay gefragt. Ja, ihr könnt in die Mitte gehen. Ja. Okay, hoffentlich habe ich auch gleich ein Bett abgebaut oder so. Wie einfach alle dich anschauen. Also halt die, welche schon tot sind. Ach so, hat es viel gespegt oder was? Ja, ja. Hast du jetzt vier Gold? Ja, ich habe nur drei gegeben jetzt. Ja. Okay, jetzt, ja gut, jetzt hat er einen eisen Shirt. Dann macht er sich einen Bogen. Ich weiss nicht. Dein Teampartner, glaube ich, der hat schon einen Bogen. Aber krieg kann einen Bogen für einen eisen Shirt wenden. Na egal. Komm, mach das einfach so. Dann müssen wir auch ein bisschen Bogen playen. Nein. Du kannst in die Mitte kommen, weil er einen Shirt hat, ne? Jetzt ist es, jetzt ist es. Aber aufpassen, aufpassen, dass er den nicht trifft. Jetzt ist es, okay. Pass auf hinter dir, hinter dir! Oh, oh shit, oh shit! And ich darf sie nicht. Ah, jetzt ist er nicht. Okay, dann. Okay, dann. Okay, ich habe jetzt die Mitte. Pass auf, grün, grün, grün! Wo? Nein! Du bist tot. Was tut das? GG. Ja. Ich habe gesehen. Maaan. Okay, der andere ist auch gerade gestorben vom Yamatee-Farm. Ja, nee, nee. Ah, das hat er richtig gut gemacht, der andere. Ja, ja, klar. Ja, klar. Nee, ich muss gerade gestorben. Schau mir hier, Gigi. Schau wieder. Holst dich, okay. Schau mir noch Zeit. Okay. Ich weiß, dann war eigentlich eine ganz spannende Runde. Auch wenn sie nicht um ihn gut war. Aber Leute, da ist eine positive Wertung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bei einer Runde Peders. Bei einer Runde Jump League. Bei jemand anderem. Was hier auch Spass macht. Ja, wir dürfen natürlich auch gerne immer Vorstellungen in die Kommentare schreiben. Was, äh, was ich machen soll. Und, ja. Sonst, schaut auf Twitter vorbei, schaut auf Deutsch vorbei und so weiter. Na. Dann macht's gut. Und. Ihr Fautschüch. Ciao.